Christine Schirrmacher ist eine deutsche Islamwissenschaftlerin. Leben und Werk Christine Schirrmacher studierte von 1982 bis 1985 Islamwissenschaft, Geschichte und vergleichende Religionswissenschaft in Gießen und von 1985 bis 1988 in Bonn, das sie mit dem MA abschloss. Danach absolvierte sie in Bonn ein Promotionsstudium, wo sie 1991 zur christlich-islamischen Kontroverse im 19. und 20. Jahrhundert zum Dr. Phil promoviert wurde und habilitierte sich 2012 im Fachbereich Islamwissenschaft. Sie widmete sich unter anderem in ihrer Dissertation von 1991 und in mehreren Artikeln dem sogenannten Barnabas Evangelium. 2012 wurde sie an der Universität Bonn habilitiert. Sie lehrt seit 2013 als Professorin am Institut für Orient- und Asienwissenschaften der Universität Bonn, ist wissenschaftliche Leiterin des Instituts für Islamfragen der Deutschen Evangelischen Allianz, Sprecherin und Beraterin für Islamfragen der Weltweiten Evangelischen Allianz und Professorin für Islamische Studien an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Leuven, Belgien. Darüber hinaus ist sie Gastprofessorin an den Universitäten Tübingen und Erfurt, APL, Dozentin für Islamkunde an der Freien Theologischen Hochschule Gießen, unterrichtet bei staatlichen Behörden und Bildungseinrichtungen und ist mit Vorträgen und Seminaren in der Erwachsenenbildung tätig. Sie war Mitglied im 2004 bis 2006 eingesetzten Arbeitskreis Islam des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, gehört dem Kuratorium der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sowie verschiedenen politischen und gesellschaftspolitischen Beratergremien an. Studien und Vortragsreisen führten sie in zahlreiche islamisch geprägte Länder. Christine Schirrmacher ist an führenden Dialoginitiativen beteiligt wie verschiedenen Antwortschreiben auf den offenen Brief von 138 muslimischen Theologen an die Führer christlicher Kirchen und auf Einladung des Jail Center for Fight and Culture der Yale University, New Haven, Connecticut, auch an der Nachfolgekonferenz Loving God and Neighbor in Word and Deed Implications for Muslims and Christians. Das von ihr geleitete Institut kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass Christen heute in keinem islamischen Land wirkliche Religionsfreiheit genießen. Vielmehr würden sie in zahlreichen Staaten sozial diskriminiert und bedrängt. Wer vom Islam zum Christentum konvertiere, werde z.T. sogar mit dem Tode bedroht. Europa sei immer nachdrücklicher vor die Frage der Identität und Werteordnung des Islams gestellt. Innenminister Thomas de Maizière hat sie 2015 auf vier Jahre zum Mitglied des zwölfköpfigen Wissenschaftlichen Beirates der Bundeszentrale für politische Bildung berufen. Im Mai 2015 wurde sie vom Bund Deutscher Kriminalbeamter in seinen neu konstituierten Wissenschaftlichen Beirat berufen, wo sie ihr Wissen in den Bereichen Islamismus, Extremismus und Radikalisierung von Jugendlichen einbringen soll. 2016 wurde sie vom Deutschen Bundestag in das Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte berufen, um dort wissenschaftliche Einrichtungen mit menschenrechtlichem Bezug zu vertreten. Privates Christine Schirrmacher ist seit 1985 mit Thomas Schirrmacher verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Veröffentlichungen Selbstständige Publikationen mit Thomas Schirrmacher, Prophet aus der Wüste, Mohammed Schwengeler-Bernick 1984 ISBN 3-8-5666-283-9 Mit den Waffen des Gegners Christlich-Muslimische Kontroversen im 19. und 20. Jahrhundert Klaus Schwarz Verlag Berlin 1992 ISBN 3-8-7997-2478 Der Islam Geschichte, Lehre, Unterschiede zum Christentum Hänzler-Holz-Gerlingen 1994 BD 1 ISBN 3-7751-213-2-3-3 BD 2 ISBN 3-7751-213-3-1-2003 Kleines Lexikon zur islamischen Familie Hänzler-Holz-Gerlingen 2002 Herausforderung Islam Der Islam zwischen Krieg und Frieden Hänzler-Holz-Gerlingen 2002 Mit Ursula Spuler-Stegemann, Frauen und die Scharia Die Menschenrechte im Islam Hugen Dubel, München 2004 ISBN 3-7205-2527-9 Der Islam Eine Einführung SJD La 2005 ISBN 3-501-05253-7 Islam und christlicher Glaube Ein Vergleich Hänzler-Holz-Gerlingen 2006 ISBN 3-7751-36665 Islamische Menschenrechtserklärungen und ihre Kritiker Einwände von Muslimen und Nicht-Muslimen gegen die Allgültigkeit der Scharia Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier 2007 Mord im Namen der Erre zwischen Migration und Tradition Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, Trier 2007 Die Scharia Recht und Gesetz im Islam Hänzler-Holz-Gerlingen 2007 ISBN 978-37751-4657-9 Islamismus, wenn Religion zur Politik wird Hänzler-Holz-Gerlingen 2010 ISBN 978-37751-5259-4 Islam und Demokratie Ein Gegensatz Hänzler-Holz-Gerlingen 2013 ISBN 978-37751-54512 Unterdrückte Frauen SCM Hänzler-Holz-Gerlingen 2014 ISBN 978-37751-5480-2 Friedensrichter, Streitschlichter, Scharia-Gerichtshöfe Erste die Rolle der Vermittler auf den säkularen Rechtsstaat übertragbar? Punkt Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, Trier 2013 Politischer Islam und Demokratie Konfliktfelder SCM Hänzler-Holz-Gerlingen 2015 ISBN 978-37751-5655-4 Es ist kein Zwang in der Religion Der Abfall vom Islam im Urteil zeitgenössischer islamischer Theologen Diskurse zur Apostasie, Religionsfreiheit und Menschenrechten Ergon, Würzburg 2015 ISBN 978-395650-0848 Let there be no Compulsion in Religion Apostasie from Islam as judged by contemporary Islamic Theologians Discourses on Apostasie, Religious Freedom and Human Rights Wipf und M. Stock, Eugene, Oregon, VKW, Bonn 2016 Aufsätze The Influence of Higher Bible Criticism on Muslim Apologetics in the Ninth End Century In Jacques Wadenburg Muslim Perceptions of Our Religions Oxford University Press, New York Oxford 1999 S 270-279 Geistesgeschichtliche Ursprünge des politischen Islam Islamismus In Johannes Kandel Politischer Islam Islamismus Extremistische Islam-Varianten in der Diskussion 20. 22. Oktober 2011 Berlin Forum vor progressive Muslims Friedrich Ebert Stiftung Berlin 2012 S 5 bis 11 Die Rolle des Islamismus bei der Arabischen Revolution Eine Momentaufnahme In Österreichisches Zentrum für Frieden und Konfliktlösung Zeitenwende in der Arabischen Welt Welche Antworten findet Europa Punkt L.I.T. Fien 2012 S 79 bis 94 Ein Islamisches Phänomen Ein Islamisches Phänomen Die Schreckensherrschaft des Islamischen Staates in Irak und Syrien in neue Gesellschaft Frankfurter Hälfte Frankfurter Hälfte 11 2014 S 45 bis 48 Diskurse zu Menschen und Freiheitsrechten in islamisch geprägten Gesellschaften Schlaglichter einer breit gefächerten Debatte In Michael Reda Maria Daria Koyokaru Zur Praxis der Menschenrechte Formen Potenziale und Widersprüche Kohlhammer Stuttgart 2015 S 133 bis 155 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!